Jungs, habt ihr mitbekommen. Man kann jetzt zwei Minuten im Stream zurückspulen. Ja. Cool. Auf Twitch. Weißt du, wozu das gut ist, um noch bessere Clips zu machen? Oh, gut, dass du es sagst, Paul. Wieso sollte das denn wichtig sein? Ne, weil das kommt zum Beispiel so wunderbaren Leuten wie Mike zugute, ja, der dann so ein schönes Bestie für euch schneiden kann, indem ihr einen geilen Clip macht, dem einen geilen Namen gibt und der am besten auch noch geil gerewatcht wird. Boom, ist man der krasseste Clipper? Zuckerbier! Komm, wir gehen rein. Ha, 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 ha. Wir gehen nicht rein? Abbruch. Mischen der Bord. Derbegeil. Komm, wir taste uns. Okay, sollen wir probieren? Ja, will er flippen? Okay, let's try. Oh, hey, hey. Das noch nie gemacht. Alles gut, mach ruhig. Was ist die Handrebellion? Mach ruhig. Mach einfach. Ja, ne, vor- und zurückziehen, Paul, vor- und zurückziehen. Es geht ums Bumsen, mach du mal Intro Hallo Freunde, herzlich willkommen Ein Flugzeug macht auch nur so Nehmen wir an Das ist genau meine Assoziation 590 durch 4, Caro Caro nimmt den Taschenrechner 590 durch 4 Sind 425 480, 170 422 Alter, lass es einfach Ich hab einen Schlaganfall Wo ist die Fischei-Perspektive jetzt? Berlin Der war zu früh hoch, glaube ich War gut, war gut, war besser, aber er muss später hoch Auf jeden Fall, glaube ich, ja Ah, ah Ne, zuviel Das hast du ja viel gewollt Zu viel gewollt Ta-da Benotung. Das ist eigentlich nur der Ausschluss der Öffentlichkeit. Nur wegen Corona musste das diesmal unter freiem Wimmel stattfinden. Hat insgesamt noch vier Böcke im Rennen. Hier zählt der direkte Vergleich. Wer jetzt gewinnt, kommt ins Finale. Sorry. Das schafft den Spit-Roasted, Alter. Ähm. Entschuldigung. Oh, lol. Wow. Wow. Okay, du bist auch fair. Aber du hast, du hast wie viele von meinen getötet? Ein paar. Das hat ein paar bescheuert. 81. Ich bin froh, dass ich in dem Mac sitze. Der war Premium. Das war Timing. Komm ich da hoch? Na, fast. Okay. Sehr gut. Es ist schon wieder so weit. Komm jetzt. Komm, komm. ein Stadträger da rein. Bruder. Hab ich ja auch. Oli, nein. Doch, das ist richtig potenzial. Oh, ist das sad, Alter. Da ist noch so viel Land. Oh. Was? Wie geht das? Oh Gott, Alter. Nein. Dein Ernst. Was für ein dummes Schaf. Den hast du dein Ernst. Komm. Was für ein dummes Dreckschaf. Ja, ich glaube immer noch nicht, dass das... Oh, Leute. Ist das dein Ernst, Alter? Ja, das war mein Ernst. Ich wollte eigentlich in dein Loch. Aber gut. Ah, du wolltest in mein Loch, ja, Paul? Ich verstehe. Das wollte ich selbst. Das hättest du auch anders haben können. Es ist vorbei. Holy shit, Alter. Renn um dein Leben, ich schwör dir. Oh nein, ich... Nein. 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 Der Damage, der Damage. Der Damage. Der Damage. 200 Damage. Nein, nein, das ist... Flo hat noch einen. Nein. Doch, Flo hat noch den einen an der Klippe. Ich hab noch einen, hab ich noch. Und jetzt legt er eine Heilige Handgranate rein. Nee, komm auch. Wenn er noch... Du hast noch 20, Bruder. Naja, ich muss einfach jetzt ein bisschen... Oh, lol. Okay, Selbstmordattentat. Komplett. Ja. Bleib sch... Oh! Der Last-Minute-Escape. Was dich wirklich nicht getroffen? Nee, ich glaub nicht. Doch, hat's. Ich hab noch ein Leben. Ich hab noch einen HP. Kein Wurm. Ja. Verdammt. Scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017